Tag zusammen, willkommen zurück in Viridis, unserer nachhaltigen Stadt. Der Blick über Kony, unserem Trainingsgelände des FC Arsenal mit dem Emirates-Stadion hier vorne. Wir haben hier noch links unser Fusionskraftwerk mit der Forschungseinrichtung, die wir dort gebaut haben. Die heutige Folge will ich jetzt nutzen, nachdem wir jetzt schon hier auf der Seite unserer Stadt weiter gebaut haben, dass wir hier Schmachtendorf noch weiter entwickeln. Das ist der Plan, dass wir das jetzt hier mal zu Ende entwickeln. Das fehlt ja quasi noch. Wir werden mal als erstes die Sonne wieder auf Mittag stellen. Dann haben wir hier einen guten Blick. Und werden jetzt, glaube ich, hier mal den, ja, hier vorne jetzt mal anfangen, den Stadtteil zu umzuwandeln. Dass wir nämlich hier die, ähm, dass wir eine Fußgängerzone definieren. Die gibt es nämlich hier noch gar nicht. Da platzieren wir, glaube ich, mal hier vorne einen Teil und wir brauchen, glaube ich, hier hinten auch nochmal einen Teil. Das passt hier ganz gut, aber ist mir jetzt so nah am Stadion. Dann kriegen wir den da hin, das passt wunderbar. Dann nehmen wir hier diesen Teil und wir werden dann hier mal den Stadtteil definieren. Das nennen wir um, oder blenden wir um, das ist jetzt Schmachtendorf-Fußgängerzone. Ich glaube, sonst brauchen wir erstmal nichts einzustellen. Das blenden wir aus. Wir gucken nochmal nach dem Gelände. Können wir vielleicht auch ein bisschen einebnen hier vorne. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Und dann werden wir gleich als erstes mal unsere Hauptverkehrsadern definieren. Nämlich für die Straßenbahn und den Busverkehr. Können wir das hier mal entfernen. Starten wir mit den Straßenbahnen. Wollen wir sie hier vorne. Da kann man vielleicht auch mal gucken, ob wir da eine breite Straßenbahn hinbekommen. Wollen wir hier die... Das hier. Das ist die Straßenbahn. Wahrscheinlich kommen wir hier nicht durch. Das ist ein bisschen schade. Doch hier geht es. Da reißt man ein bisschen was ab. Ah, da ist schon Park und Platz. Dann gehen wir hier so durch. Diese Achsen, das müsste ja Ost-West sein. Das hätten wir schon mal. Also das Stadion, das braucht... Wer ist denn jetzt hier nicht an die... An die Straßen ist angeschlossen. Also jetzt ganz viele Verkehrsverbindungen, die nicht mehr funktionieren. Sondern sich neu sortieren müssen. Wir müssen auch mal die Straße hier... Hier noch... Oh, da müssen wir diese Fußgängerzone hier lang ziehen. Das mochte er nicht. Gut. Das mit dem Stadion klappt noch. Wir haben jetzt hier diese... Querverbindung für die Straßenbahn. Wir können hier auch wenden mit der Straßenmanierung. Das machen wir ganz am Schluss. Und dann können wir jetzt... Jetzt erst mal normale Straßen für die übrigen Verbindungen... Ich glaube, jetzt haben wir alle Straßen erwischt. Hier haben wir jetzt noch zwei Objekte, die noch nicht in der Fußgängerzone sind. Das lag aber an der... An dem Tor hier zu dem Park Highbury. Das ist aber jetzt nicht so schlimm. Diese ganzen... Äh... Diese Linie können wir löschen. Und die andere Arsenal-Linie auch. Aber sonst sagen, was das mit Arsenal zu tun hat. Buschhausen. Die müsste ja noch funktionieren. Hier ist noch was durcheinander. Aber ich glaube, das regelt sich gleich. Gut, wir haben hier noch einen... Was ist das hier für ein Bus? Hustadt. Boah, hier ist ja richtig viel aus. Wahnsinn. Da brauchen wir mal einen anderen Bus. Nehmen wir mal hier einen Gelenkbus. 70 und mehr. Ja. 8. 7. Alles klar. So, und hier vorne ist auch eine Bushaltestelle. Das... Aber klar, liegt natürlich daran, dass hier eine Linie war. Die finden wir aber gleich noch. Hier vorne ist auch noch eine. Aber die müsste sich ja gleich ergeben. Hier können ja Busse fahren. Straßenbahn. Das müssen wir nochmal sortieren. Machen wir dann gleich. Gehen wir dem Ganzen nochmal ein bisschen. Hier vorne ist aber auch noch... Achso, Schmachtendorf. Genau, das ist noch das, was kaputt ist. Genau. Das suchte ich... Da haben wir Schmachtendorf. Die kommt weg. Die kommt weg. So, hier hält. Jemand. Aber das geht ja. Die Bewegung müsste ja möglich sein. So, die hier. Diese rote Linie. Was ist mit der? Das Problem hätten wir gelöst. Da vorne die Poststation, die muss an die Straße. Das Spiel kennen wir schon. Die Skaterbahn können wir wieder zurückschieben. Jetzt füllen wir direkt mal eine Bank, wo wir gerade hier aktiv sind. Und dann füllen wir erstmal hier vorne links den Stadtteil jetzt auf. Wir ändern erstmal die Verkehrsachsen für die Busse ziehen und danach die Straßenbahn setzen. Und hier ist schon eine Straßenbahn. Dann machen wir das mal folgendermaßen. Das sind die Busverbindungen. Jetzt setzen wir hier nochmal ein paar schöne Straßen quer dazu. Und können das dann direkt gleich auffüllen. Das sieht doch hinreichend wild aus. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann als nächstes platzieren wir erstmal die Objekte, die wir noch so brauchen. Wir haben natürlich wieder Bedarf an Parks. Wobei, ich glaube, so viele Parks brauchen wir gar nicht. Denn wir haben ja schon einiges platziert. Und wir können das übrigens noch noch so ein paar Picknickplätze. Hier gibt es auch noch ein paar von diesen neuen Parks. Das ist glaube ich auch ganz hübsch. Tourismuspark. Das ist natürlich hier ideal für das Gebiet hier. Das ist ja wirklich ganz nett. Jetzt haben wir hier noch ein Café am Bürgersteig. Hier sind schön klein. Da kann ich hier vorne noch mal was platzieren. Auch unsere Forscher im Forschungszentrum sollen ein bisschen Freude haben und ein kleines Café besuchen. Aber ich glaube, das reicht auch schon. Wir brauchen noch ein paar Bildungseinheiten. Ich möchte vielleicht vorher nochmal gucken. Also der normale Schmachtendorf, das ist es nämlich noch nicht. Das müssen wir ja nochmal erweitern. Denn ich möchte Schmachtendorf gerne als moderne Stadtzentrum. Und dann wähle ich hier auch nochmal dieses Wall-to-Wall-Gebäude. Um uns mal so ein etwas anderes Flair zu geben. Was wir auch noch brauchen, glaube ich, dass wir auf der Seite bauen, ist dann nochmal ein Industriegebiet. Ich glaube, das reicht nämlich nicht, was wir hier machen. Das gucken wir uns gleich mal. Schulen. Wir haben hier eine große Oberschule. Wir brauchen eine große Grundschule. Universität brauchen wir, denke ich, nicht. Wir brauchen noch eine Arztpraxis. Die alten Menschen wollen wir nicht vergessen. Die können wir wahrscheinlich hier ganz gut hier vorne platzieren. Kinderkrankhaus finde ich ganz sinnvoll hier in der Ecke. Die Krematorien, das Thema kennen wir schon. Das brauchen wir auf jeden Fall. Noch ein bisschen verstecken, damit das hier nicht ganz so prominent erscheint. Aber ganz verhindern können wir es wahrscheinlich nicht. Diese Hubschrauber, die Post brauchen wir nicht. Eine Sauna kann ich vielleicht hier vorne noch mal platzieren. erhöht hier auch nochmal den Gesundheitsstatus. Ja, haben wir sonst noch irgendwas? Ich glaube, dieses Objektivmedizinisches Labor, Creo, Konservatorium. Das interessiert uns an dieser Stelle nicht. So, Banken haben wir. Wir brauchen noch Feuerwehr und Polizei. Da platzieren wir jeweils zwei davon. Polizei, wo haben wir da oben schon? Dann reicht wahrscheinlich hier eine und dann hier nochmal auf der Verbindungsstraße eine. Sehr gut, das sollte reichen. Ich glaube, da haben wir kein Kriminalitätsproblem. Wir brauchen jetzt, und das mache ich jetzt auch sofort, nochmal Straßen hier weg, dass wir hier vorne ein Industriegebiet platzieren. Das teilen wir auch mal ein bisschen ab, damit wir hier vielleicht mal so eine Ebene reinziehen können für die zum Blocken der Gebäude. Das ist also dann des Krachs und des Lärms, der entsteht in dem Industriegebiet. Da nehmen wir dann die regulären Straßen. Das kennen wir ja schon, das Spiel. Ich glaube, ein Güterbahnhof, Güterbahnhof ist die Güterbahnlinie, ist ja hier die rechte, das ist nicht die linke. Da kommen wir nicht so richtig gut hin. Es sei denn, wir bauen da noch eine Brücke. Das können wir uns aber noch überlegen. Ich glaube, das sparen wir uns an dieser Stelle. Wir haben hier einen ganz guten Fernstraßenanschluss. Da müssen wir jetzt, glaube ich, keine großen Anstrengung machen. Aber ich glaube, das Industriegebiet hier in Schmachtendorf, das ist nochmal wichtig, damit wir hier nämlich ausreichend Güter produzieren. Und wir haben den Vorteil, wir können, glaube ich, dann nochmal hier dieses sich entwickelnde industrielle Revolutiongebiet definieren. Das finde ich eigentlich noch ganz charmant. So, das ist gut. Also, das hier wird ein reguläres Gebiet. Das kann man auch hier weiterziehen. Das ist eigentlich gar nicht nötig, dass wir hier ein bisschen sparsam sind. Mit dem Platz haben wir noch ein bisschen. Dann ziehen wir das noch ein bisschen hier rüber. Bis hier vorne. Mit einer dynamischen Straßenführung. Auch das machen wir ja gerne. Ich glaube, das verpasst dem Ganzen so ein bisschen Charme. Dieses Gebiet, da müssen wir Kalkhecke, wollen wir das nicht nennen. Das ist Schmachtendorf Industrie, nennen wir es mal. Industrielle Revolution. Wir werden hier vorne eine Reihe Büros definieren. Und den Rest machen wir voll mit Industrie. Dann haben wir noch ein paar Bäume, die wir, glaube ich, hier vorne dann auf der Rückseite unseres Gebiets platzieren. Und dann haben wir es, glaube ich, auch. Sieht das natürlich erst mal komisch aus, weil wir jetzt einsteigen mit Gebäuden aus der frühindustriellen Phase. Jetzt ziehe ich hier nochmal einen Zaun lang. Den finde ich jetzt ganz gut. Naturschutzgebiet Zaun nicht. Forstwirtschaftszaun vielleicht. Da kommen jetzt dann gleich die Upgrades. Jetzt aber wir starten halt mit der ersten Stufe, was ich eigentlich ganz schön finde. Das ist ja immer eine Sache für ein neues Let's Play Idee, die ich jetzt eigentlich nicht anstrebe, umsetze. Dadurch, dass jetzt ja angekündigt ist, dass City Skylines 2 erscheinen soll. Da ist ein Release geplant am 24. Oktober. Und dann macht er die jetzt nur noch bedingt Sinn, jetzt noch ein neues Let's Play mit City Skylines 1 1 anzufangen. Dennoch das verbinden wir hier nochmal wunderbar. Weitere Bäume noch. Ja, also von daher, das macht natürlich jetzt nicht mehr ganz so viel Sinn. Aber das ist ja immer spannend, da nochmal so quasi die Entwicklung, die industrielle Entwicklung nachzubilden. von der Beginn der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert, eigentlich angefangen schon im 18. Jahrhundert in Großbritannien und dann im 19. Jahrhundert auf Mitteleuropa und die Vereinigten Staaten übergegangen. Das wäre sich immer spannend, quasi das hier zu simulieren. Das müsste wahrscheinlich gehen. Jetzt mit dem neuen Content Creator Pack. Ich weiß gar nicht, ob hier die Bäume jetzt dann unter sterben. Wahrscheinlich noch was. Das ist egal, Hauptsache. Wir haben ein paar schöne Bäumchen hier stehen. Ja, jetzt entwickelt sich diese Industriegebäude auch schon zur nächsten Stufe. Wir sehen das jetzt ja hier gerade. Was eigentlich ganz ganz hübsch ist. Mal hier ranzoomen. Also hier noch diese Backsteinbauten, die wir hier sehen. Die sind Wassertanks hier oben, aber das geht natürlich jetzt durch diese Mod, die ich hier installiert habe, aber natürlich schnell lässt sich das weiterentwickelt. Dann zur Bekleidungs-GmbH, dann die Franks-Fischstäbchen-Fabrik. Da haben wir die zweite Stufe und das wir dann danach in einem modernen Industriegebiet leben. Ja. Ein bisschen versteckt vor dem ganzen Skinderkümmel die Straße, dann drehen wir dich, wenn du das lieber so hättest. Okay, was ist hier mit dieser Straße los? Das mochte er nicht. Gut, als nächstes setzen wir dann hier nochmal ein paar Fußwege. Das ist hier. Fußweger haben wir jetzt genug. Dann platzieren wir hier vorne noch einen Zaun, da reicht hier dieser Vorstand Zaun, der ist auch neu, aber ich glaube den brauchen wir auch nicht. Bauernhof Zaun hier vorne, damit hier keiner in die Tiefe stürzt, sobald können wir hier nicht vielleicht sogar, dass wir vielleicht sogar noch schwerer hier quasi die Küste bebauen könnten. Das sieht doch eigentlich ganz schön aus, müssen wir nur wieder das Gelände ein bisschen anpassen, damit wir hier die Kaimauern auch sehen. Aber dann haben wir so ein bisschen Fallschutz auch noch installiert. Das gefällt mir eigentlich ganz gut und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier vorne die Objekte setzen. Genau, also machen wir vorne mal so ein bisschen was an Gewerbe und der Rest wird dann einfach Wohngebiet. Machen wir mal so ein paar Hotspots an Gewerbe und den Rest machen wir ruhig mit gering besiedeltem Wohngebiet. Hier haben wir auch noch mal einen Fußweg quer und einen Fußweg hinten rum. Da hast du ja noch ein Loch, oder? Sieht aus wie ein Loch, ja, das ist keine gute Idee. Das füllen wir nochmal auf. Ja, ich glaube damit sind wir auch fertig oder durch mit dieser Folge. Da wollten wir jetzt mal Schmachtendorf noch ein bisschen ausbauen. Ich werde jetzt hier nochmal ein paar Bäume platzieren in Schmachtendorf. Da machen wir mal den großen Blick. Und dann gucken wir mal was hier noch so an Bäumen entsteht. Ja, so wir sind dann, also ich möchte dann als nächstes noch eine Folge machen. Das hat man ja schon mal besprochen. Das Thema Klimawandel. Es gibt ja diese Klimaforschungsstation. Die würde ich ganz gerne auch nochmal nutzen und ein bisschen über das Thema Klimawandel sprechen. Also wo stehen wir? Wir sind jetzt ja im Jahre 2095, also quasi am Ende des Jahrhunderts angekommen. Und ja, da sind wir jetzt quasi an einer Stelle, wo man dann sagen muss, wie geht es denn eigentlich dem Planeten Erde zu dem Zeitpunkt. Und wenn man sich das überlegt und vorstellt, wo wir jetzt heute stehen oder wo die Reise unbedingt hingeht, muss man sagen, das könnte heikel werden. Denn die Klimaerwärmung schreitet fast ungebremst voran. Und das ist natürlich ein echtes Problem für den Planeten und für uns. Also hier fehlt uns noch ganz wichtig, das hatte ich vergessen, die Versorgung mit Abfuhr. Das hatte ich hier nämlich noch nicht. Da packen wir mal zwei Stück rein. Das haben wir auch hier. Hier vorne brauchen wir es glaube ich nicht. Das denke ich sollte reichen. Plötzlich haben wir noch ein paar weitere Bäume hier. Dann haben wir hier einfach ein schönes, rundes Bild am Ende dieser Folge. Dann können wir noch ein bisschen was auffüllen. Ja, wie gesagt, das wäre jetzt noch die nächste Folge. Schmachtendorf haben wir soweit fertig. Oh Gott, jetzt fackelt hier unser ganzes Wohngebiet. Da haben wir hier keine Feuerwehr. Feuerwehr, Feuerwehr, Feuerwehr. Doch, eigentlich ja. Da ist sie auch schon. Im Einsatz. Aha. Das sieht gut aus. Wir könnten hier vielleicht nochmal... Nein, nicht Universitätssport, sondern normalen Sport. Hier fehlt ein Fußballplatz. Das war noch ganz wichtig. Den hatte ich natürlich vollkommen ignoriert. Da müssen wir da nochmal ein paar Häuser abreißen. Das tut mir ein kleines bisschen leid, wenn ich ehrlich bin. Auch noch ein ganz kleines bisschen. Machen wir hier noch Platz dafür. War das voll. Hier kommt der Fußball-Patient. Den müssen wir noch an die Fußwege anschließen. Der hat ja selber Fußwege. Was ich ganz gut finde, dass das damit berücksichtigt ist. Ja, das ist doch prima. Da haben wir hier nochmal einen kleinen Fußballplatz in Schmachtendorf. Schmachtendorf. Sehr schön. Das sieht doch ganz hübsch aus hier mit diesen Wand-an-Wand- oder Wall-to-wall-Buildings. Was wir jetzt noch nicht gemacht haben, das wäre jetzt noch der nächste Schritt, wäre jetzt den Nahverkehr. Das möchte ich jetzt in dieser Stelle aber auch in dieser Folge nicht mehr machen. Denn tatsächlich mit dem Blick, und ich wechsle mal hier auf diese Kamera-Ansicht, mit dem brennenden Stadtteil hier unten. Das war jetzt der Folge 99. Und ich möchte jetzt eigentlich dieses Let's Play auch abschließen, indem wir jetzt dann noch die Klimaforschungseinrichtung platzieren. Das werden wir dann hier oben machen an unserem Pumpspeicherkraftwerk, dass wir hier oben nochmal in die Nähe ein Klimaforschungszentrum platzieren, noch ein bisschen über den Klimawandel sprechen und dann nochmal ein bisschen Resümee ziehen. Hier vorne können wir die Leitung nochmal wegreisen, die sind jetzt ja unnötig geworden. Das geht jetzt ja ohne. Hier direkt mal hier noch ein paar Kleinigkeiten. Das war das Let's Play, nachdem wir es ja nur noch eine kleine Pause gemacht haben, dann beenden. Die, ich denke die Geschichte soweit, ist dann erzählt von Viridis. Wir haben gesehen, das funktioniert alles. Das Resümee ziehen wir dann aber noch gemeinsam in der letzten Folge. Mit dem Blick hier unser Stahlwerk. Da können wir nochmal bauen, aber es ist, die Stadt ist ja nie fertig. Das ist ja das Schöne. Wir könnten jetzt hier noch viel mehr folgen. Machen die Brenz auch schon wieder hier. Den Eifelpark werden wir dann nochmal blicken. Das machen wir dann in der nächsten Folge ausführlich. Ich ziehe nochmal ein Resümee, was wir geschafft haben. Inwiefern City Skylines die Möglichkeit bietet, eine nachhaltige Stadt zu bauen. Mit den regenerativen Energiesystemen, die wir hier haben. Mit dem Umweltcampus hier vorne. Und dann werden wir dieses Let's Play Projekt an dieser Stelle, glaube ich, mit der Folge 100 ganz passend beenden. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen dieser Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dahin.